Wen haben wir denn hier gefunden? Jürgen! Ja, guten Abend! Für alle die, die nicht wissen, wer Jürgen ist. Jürgen Trovato von den Trovatos. Detektive decken auf! So sieht's aus. Was machst du denn heute hier? Ja, hast du auch einen Arbeitsauftrag hier? Ja, mehr oder weniger, ne? Mehr oder weniger, ne? Ja, ne, das waren ja drei Sachen, glaube ich, ne? Hochzeit, Geburtstag und Einweihung. Äh, nicht Hochzeit, Verlobung, Entschuldigung. Alles, wir machen einfach alles. Also Verlobung, Geburtstag und Einweihung von der Wohnung. Nicht unsere, sondern von einem sehr guten Freund von uns, von Darwin. Von Gaby. Erbrücken. Achso, von Darwin. Ich hab Gaby verstanden. Ne, nicht Gaby. Boah, wer macht denn hier so viel Freude? Ja. Ist ja unglaublich hier. Hier ist Stefanie von Deine Charts. Kennt ihr mich schon? Ja, kennt ihr mich schon? Ja. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind von Deine Charts. Wirklich. Ein toller Besuch. Danke für die Einladung nochmal. Guck mal, ist die Kamera. Hier ist... Da hat man die Kamera. Da ist Jürgs Kamera. Hier ist Katja Burkhardt. Seine Charts. Karten. Also, was für ein... Alarm. Hier ging gerade der Rauchmelder. Set me free! Set me free! Wir haben natürlich heute tollen Besuch. Hi! Hallo! Und Jürgen. Jürgen ist schon wieder in Action. Ja, ich bin ja hier schwer am Filmen hier. Lass doch mal den Jürgen ran. Lass mich doch mal ran hier. Schöne guten Abend. Guten Abend? Du bist nicht Jürgen, wenn du nicht deine Brille aufhast. Stimmt. Achso. Stimmt. So. Besser. Ja. 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 Das ist wie mit Heino. Heino braucht auch mal seine Sonnenbrille. Achso. Stimmt. Ach, guck mal. Jetzt haben wir ihn erkannt, oder? Jürgen Trovato. Hey, Matta. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Super, danke. Jürgen muss jetzt eigentlich Matta fragen, ob ihr tanzen wollt vielleicht. Welchen Song? Welchen Song? Das ist doch nicht. Das ist doch Dirty Dancing. Oh, nee. Just remember. Was? Nein, ich kann doch nicht tanzen. Weißt du, es hört sich über die Charonne, ne? Weißt du, es hört sich über die Charonne, ne? Das ist... Warte. 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 Wir machen mal eine kleine Pause, okay? Ihr findet uns auf der Tanzfläche. Nie ja, das Maria. Also, mir geht es, was generell es hier. Das ist, was ich. Du noch mal eine Idee? Vielen Dank.